Lesley Das kann lange dauern Also Leute, das ist echt langsamer Wieso habt ihr echt lange was von Tschüss Feine Kinder hier, Nachwuchsstyos neben uns Abends mit dem Hund um 18 Uhr Das ist ein bisschen lebensmüde für die Hunde Ist auch nicht gut für die Hunde Hundebesitzer wissen das doch Silvester Lieber morgens eine große Runde Egal Oh Gott ey, wie lange geht sie noch Also echt lange was von Also echt lange was von Sagst du, die hört schon auf Kann man sich einfach Einfach vier Stück Silvester hinstellen Oder so Früher schon Laufen lasse Geht doch nicht so schnell Alter Geht doch nicht so schnell Ist echt langsam Ui 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 Uuuu Uuuu Zwei Schüsse auf einmal Das war wohl das Finale Oh doch noch rein Warte Oh Mann, immer noch nicht sehr Wie lange geht denn das Teil Echt Nice, dass es so lange geht Kann man sich auf einstellen und Ich glaub das ist ja schon ganz unten Ich spür das schon mit dem Finger dass das ganz unten ist Junge Never Im Rohr fast explodiert Das war's aber Endlich vorbei 100 Schuss Endlich